Mega! Grace hatte den Dachin entwaffnet. Seine Wut war groß. Zum Glück war seine Stimme ganz winzig. Aber der Wüstenwächter konnte das nicht auf sich beruhen lassen. Oh, interessante Fähigkeit. Oh, haben wir jetzt schon welche verpasst? Das ist mal spannend. Normalerweise läuft immer was hinter einem her. Jetzt müssen wir hinter was herlaufen. Ich muss den Drachen finden. Verstehst du das denn nicht? Ich habe wirklich keine Zeit dafür. Okay. Genug. Auf Wiedersehen. Schön. Juhu! Wir sind den alten Kriegskräm wieder losgeworden. Mua. Was haben wir denn hier? Als sie sich an diesem einsamen verlassenen Ort umsah, fragte sich Grace, warum würde wohl jemand hier leben wollen? Oh, ähm... Einst hatten hier Menschen gelebt. Vor langer Zeit. Was war mit ihnen geschehen? Wer waren sie? Gut. Gut. Oh, nein! Äh... Haben wir das jetzt eingesammelt oder nicht? Ach man, das wäre ja traurig. Och nö. Ob ich hier wohl Antworten finde? Bis auf ein Becken Wasser war die Kuppel leer. Ein Ort zum Aus... Ein Ort, der zum Ausruhen einlud. Ich war Boben. Grace dachte an die Menschen, die einst hier gelebt hatten. Sie war sich sicher, was sie einst gewesen sein mussten. Hm... Ein Krieger wäre spannend. Händler wäre irgendwie das, was mir jetzt erstes in den Sinn kommt. Aber ich glaube, Philosophen ist, äh... Das ist irgendwie... Ich weiß nicht. Das klingt gut. Ich glaube, sie war Philosophen. Oh. Ein fernes Gebrille schreckte Grace aus ihren Gedanken auf. Ich will wasen. Ich will baden. Lass mich ins Wasser. Hm. Okay. Ich erwische dich noch, Drache. Was will sie gegen den Drachen machen? Wir werden sehen. Ähm... Das war, glaube ich, jedes Mal brechen. Sehr gut. Zack. Oh. Wenn wir jetzt hier oben weitergehen. Die uralten Statuen stürzten vor Grace. Ah, okay. Wir kommen hier runter. Okay, okay, okay. Oh, warte. Ich würde gerne das Brechen mitnehmen. Und mich hier einmal übergeben. Haha. 14 von 20. Das sieht aber gut aus. Hä? Hä? Ihr habt das auch gesehen, oder? Egal. Weise Philosophen. Die über die Geheimnisse des Lebens nachdachten. Hops. Here is les. Das ist alles. Bis zum nächsten Mal.